Wir kommen zum Punch. Beim Punch ganz wichtig, ihr steht ja normal, die linke ist vorne, die rechte hier oben, dass die linke Hand zurück an den Kopf geht hier und ihr macht hier zu. Es ist weiterhin wichtig, dass ihr die Hüfte richtig rein dreht. Dreht ihr euch hinten auf den Ballen, dreht ihr euch richtig rein und macht euch richtig lang. Hüfte, Schulter, alles ist reingedreht. Die andere Hand ist oben an der Deckung. Schulter vors Gesicht nehmen und gerade wieder zurück. Der Arm geht ganz gerade raus, ganz gerade, gerade nach vorne. Und wieder zurück. Wir drehen uns richtig rein, ich bin hinten hoch, Hüfte, alles ist reingedreht, Arm ganz ausgestreckt. Und wieder zurück zur Decke.